Auf FCE-Routinier Niki Adler und seine Mannschaft wartet am Freitagabend im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig ganz viel Arbeit. Nichtsdestotrotz machte sich der Sympathieträger gemeinsam mit Torwarttrainer Max Owanschki am Mittwoch in der Küche nützlich. Die beiden waren im Möbelhaus Illing zu Gast, wo sie gemeinsam mit Fernsehkoch Benjamin Unger für eine neue Ausgabe von Treffpunkt kulinarisch vor der Kamera standen. Zubereitet haben die Sportsmänner Lachsfilet mit Gemüse und Spaghetti. Jetzt heißt es aber für alle Auerfeilchen, sich auf den aktuellen Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga zu konzentrieren. Anpfiff für das Spiel FC Erzgebirge Aue Eintracht Braunschweig ist am Freitag 18.30 Uhr im Sparkassen-Erzgebirgsstadion.